Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine sorgfältige Zahnpflege. Man sollte nicht erst daran denken, wenn man wieder mal auf so einem Stuhl sitzt. Und man weiss es ja, nach jedem Essen oder auch mindestens dreimal täglich sollte man Zahn putzen. Warum ist das nötig, Frau Reber? Weil sich sonst auf den Zähnen ein bakterieller Belag bildet, die sogenannte Plagg. Und was bewirkt die Plagg? Der bakterielle Belag bewirkt zwei Zahnkranken, Zahnkaries und Paradontose. Und Zahnkaries, was ist denn das genau? Zahnkaries hat man, wenn der Zahnschmelz durch die Bakterielle Belage, durch die Plagg angegriffen ist und ein Loch im Zahn entsteht. Und Paradontose, was ist das genau? Der bakterielle Zahnbelag bewirkt neben der Karies auch Entzündungen mit Zahnfleischbluten. Daraus entsteht dann die Paradontose. Der Kieferknochen wird vom entzündeten Zahnfleisch angegriffen. Merci, Frau Reber. Für eine regelmässige und gründliche Zahnpflege genügt ja nach der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis eine Zahnbürste allein nicht mehr. Darum gibt es jetzt neu bei GOP Profilac P. Aus diesem umfassenden Zahnpflegeprogramm stellen wir Ihnen heute vier speziell günstige GOP-Angebote vor. Die wissenschaftlich entwickelten Anti-Plagg-Zahnbürsten für die Erwachsenen und für die Kinder, beide mit der sorgfältig abgerundeten Dunex-Spezialbürsten. Profilac P-Zahnseide mit dem praktischen Halter zur gründlichen Plaggentfernung zwischen den Zähnen. Und die von Zahnärzten entwickelten Dreikant-Zahnstocher ebenfalls mit profilaktischer Wirkung gegen Karies und Paradontose. Sie sehen, mit Profilac P bietet Ihnen GOP ein Erfolgsrezept für die gründliche Zahnpflege. Zu einer gründlichen Zahnpflege gehört natürlich auch die richtige Zahnpasta. Und da können Sie bei GOP unter den bekanntesten Qualitätsmalken aussuchen. Wie zum Beispiel Dentagard, die in zahlreichen Tests erprobte Spezialzahnpasta gegen Zahnfleischprobleme. Oder dann die Golgate Fluor S. Die Golgate Fluor S haben klinische Tests beweisen, dass sie die Zahn härtet und sie stärker macht. Dentagard und die Golgate Fluor S gibt es jetzt die Woche bei GOP zum HIT-Aktionspreis. Zu einer wirkungsvollen Mundhygiene gehört natürlich auch der frische Atem. Odol. Odol wirkt bis tief in den Rachen und sorgt so für sympathisch frischen Atem. Sie sehen, bei GOP gibt es alles, was Sie für Ihre Mund- und Zahnpflege nötig haben. Und eben zu den günstigen GOP-Prisen. So, und jetzt danken wir für Ihre Aufmerksamkeit. Und gerne ins GOP-Sender für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim GOP folgende HIT-Angebote. Zwei Becher Planta Minuskalorie statt 3,20 nur 2,70. Und die drei Markenzahnpasten, Dentagard, Golgate Fluor S. und Beldent Fluor gibt es jetzt bei GOP 70 Rappen günstiger. Und als aktueller Preisschlager Kindertscheins aus reiner Baumwolle zwischen 12 und 16 Franken, je nach Grösse. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Gala Frisch-Eier-Teigwaren. Zweimal 500 Gramm Kravettli statt 3,50 nur 2,50. Zweimal 500 Gramm Spätzli statt 3,30 nur 2,30. Und ein 400 Gramm Frischbac Butterzopf für nur 1,90. Profitieren Sie von diesen Angeboten morgen in Ihrem Co-A-Bladen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017